Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Ja, geht weiter, immer noch gefährlich. Riesenparade von Zieler. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding... Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Macht er gut. Drüber, Buschi, kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesem Schiff. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel, ein super Kopfball. Er macht alles richtig. Und ich glaube, aller... Er macht alles richtig. Er macht alles richtig. Und ich glaube, aller... Eh, also... Ja, olsun! Perfünter, Bye! Ja! Ja, minus Heidi. Ja. Bis zum nächsten Mal.